Um die Anderseite Afrikas zu kennen, muss man auch mal die Towntrips besucht haben. Hier hatten wir das Glück, dass Josef uns diesen Besuch ermöglichte. Auf seinem Geheiß kauften wir im örtlichen Supermarkt viele, viele Kleinigkeiten, die wir dann vor Ort an die Bevölkerung verteilen durften. Diese ist das Poster der Towntrips, wo wir in den Towntrips jeder bedienen können. Halleluja, Halleluja, 6,000 Broters in Halleluja, Amen. Zur Verbesserung der Lebensverhältnisse begann nun die Kommune neue Wohnungen zu bauen. In diesen aber muss der Bewohner für Strom und Wasser bezahlen. Die Frage ist natürlich nur, woher nehmen, wenn es keine Jobs gibt.